Musik Präsentiert von der MECO IT AG in Weingörte Hallo liebe ESG-Freunde und herzlich willkommen zum Nachschuss, dem Rückblick-Magazin der Ravensburg Tower Stars. Fünf spannende Playoff-Begegnungen liegen hinter den Tower Stars und ihrem Anhang und seit Sonntagabend ist auch klar, es werden nicht die letzten Playoff-Spiele dieser Saison 2015 und 2016 sein. Das Halbfinale ist geschafft und nach zwei Jahren Pause und dem Ausscheiden im Viertelfinale gehört man jetzt also wieder zum Kreis der Top 4 der Liga und darf von den weiteren Saisonzielen ein Stück weit träumen. Wir konzentrieren uns bei unserem Rückblick auch auf das letzte und entscheidende Spiel am Sonntagabend. Beim Serienstand von 3 zu 1 hatten die Tower Stars mit dem zweiten Matchbook die Chance, alles klar zu machen. Sehen Sie nochmals die wichtigsten Szenen und Highlights aus Spiel 5, Ravensburg Tower Stars gegen den EC Bad Nauheim. Die prinzipiellen Voraussetzungen hatten sich für die Ravensburg Tower Stars in Spiel 5 nicht verändert. Ein Sieg fehlte noch zum Halbfinaleinzug. Bad Nauheim natürlich mit dem Rücken zur Wand, aber man hatte wieder Selbstvertrauen getankt nach dem Heimsieg am Freitagabend. Beide Mannschaften boten vom Anspielbully an, eine abwechslungsreiche und attraktive Partie. Beide Defensivabteilungen waren da aber schon mal sehr gut taktisch eingestellt. Hier waren es die Tower Stars, die da keinen gegnerischen Schuss zulassen. Auf der Gegenseite dann diese Möglichkeit, da erobert sich Stefan Vogt hinter dem gegnerischen Tor, den Puck, legt auf, auf Austin Smith. Kurze nach auf der Gegenseite dieser nicht ungefährliche Schlemzer von Nick Denin, aber auch Tower Stars Torhüter Matthias Nemetz in dieser Szene auf den Posten. Der erste Abschnitt blieb letztlich torlos. Im zweiten Drittel die Tower Stars dann gleich mit viel Druck unterwegs. Aber es gab dann auch die ein oder andere brenzlige Situation auf der Gegenseite. Simon Setsemski will hier den Aufbaupass auf Konstantin Schmidt spielen, aber der Puck prallt an den Schlittschuh und wird dann zur unfreiwilligen Vorlage, aber sofort nachsetzen in der Ravensburger Abwehr. Apropos nachsetzen. Brian Roloff erobert sich hier diese Scheibe, leitet sofort den Gegnerangriff ein, quergelegt von Konstantin Schmidt und dann ist der Puck im Netz. Ja, ein stark herausgespielter Treffer der ersten Ravensburger Sturmreihe mit Brian Roloff natürlich als Vorbereiter. Wir schauen noch mal auf die Hintertoreinstellung. Konstantin Schmidt fliegt zunächst die Sicht des Torhüters, wird dann zur Anspielstation, aber legt sofort uneigennützig quer. Fast blindes Verständnis hier zwischen Konstantin Schmidt und Austin Smith, der am langen Pfosten eiskalt vollstreckt. Der Treffer tat den Tower Stars natürlich gut. Sie legten sofort nach. Hier eine Möglichkeit von Brandon McLean, der da auch nicht lange fackelt, sofort aus der Drehung und dann ein Schlenzer aufs Tor bringt. Bad Nauheim zog dann in der Folgezeit auch mehrere Strafzeiten. Powerplay-Möglichkeiten hier für die Tower Stars, aber tiefe Kehr vor dem gegnerischen Tor. Hier versucht Lukas Lawetinski mit einem Distanzschuss. Rechts oben am Bildrand gab es vor dem Torraum da mehrfach die Stockchecks in den Rücken von Mathieu Duesen. Ja, Laurella trifft es hier gleich mit 2 plus 2 Strafminuten. Da hatten sich das die Unparteischen eine Zeit lang mit angeschaut und dann wurde es dann letztlich doch zu bunt und es hakelte Strafzeiten. Aber die Oberschwaben konnten diese Mütigkeiten nicht nutzen. Auch eine doppelte Überzahl sollte da nicht zum nächsten Treffer führen. Auch Bad Nauheim mit einer guten Mütigkeit. Hier kratzt Fabio Carciola den Puck von der Linie und sofort der Gegenangriff. Gegenangriff, Mathieu Duesen, ja, gute Schussposition, aber der Puck dann noch weit über dem rechten natten Kreuz. Hier nochmal die Chance von Bad Nauheim. Fabio Carciola, der den Puck aus der Gefahrenzone räumt. Ja, durch den knappen Spielstall von 1 zu 0 war für den Schlussabschluss natürlich dramatisch angesagt und prompt kamen die Gäste da nach 6 Minuten zu dieser Chance. Vitali Aap hatte da am rechten Pfosten verpasst. Der Gegenangriff, das sieht zunächst nicht zwingend aus, aber dann schnappt sich Stefan Vogt die Scheibe. Eine Körpertäuschung, alles rechnet mit dem Querpass und dann verwandelt Stefan Vogt selber zum 2 zu 0. 47. Spielminute. Hier nochmal die Hintertorperspektive. Stefan Vogt hat da nicht nur viel Platz, sondern auch alle Zeit der Welt und schiebt trocken zum 2 zu 0 ein. Das war natürlich schon die halbe Miete. Eineinhalb Minuten vor Schluss nahmen die Gäste dann zwar nochmal den Torhüter vom Eis, aber das brachte letztlich nichts mehr ein. Brian Roloff dann mit dem Gegnerangriff und dann Austin Smith mit dem Empty Net und der Halbfinaleinzug war damit eingetütet. Mit 4 zu 1 hatten die Tower Stars die Viertelfinalserie gegen den EC Bad Nauheim also für sich entschieden, ließen sich auch nach der Niederlage vom Freitag nicht aus dem Konzept bringen. Kompliment aber dennoch an den EC Bad Nauheim und das Team von Petri Kujala. Ein harter Gegner und viele der Spiele hätten auch in die andere Richtung kippen können. Dennoch sind die Tower Stars sicherlich verdient in der nächsten Runde der DEL 2-Playoffs. Die Trainer in der Pressekonferenz. Gratuliere Danny und seine Mannschaft für das Weiterkommen. Wir haben alles heute nochmal gegeben. Wir hatten, ja, es war wieder das berühmte 1-0, was uns gut getan hätte, aber wir haben es nicht geschafft. Ein bisschen zu viel Unterzahl, aber scheiß drauf, unsere Saison ist vorbei. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, was für eine Saison wir gespielt haben und wie wir gekämpft haben. Wir hatten im Prinzip jede Wochenende, jede Wochenende Playoffs und das hat man gesehen, dass wir am Ende vielleicht ein bisschen müde waren. Aber wie gesagt, die Jungs können stolz auf sich sein und ich bin verdammt stolz auf meine Mannschaft, was für einen Kampf wir eigentlich über 57 Spieltage geliefert haben. Ja, danke, guten Abend. Erstmal danke, Petri. Aber ja, der kann sicher stolz sein auf seine Mannschaft, weil die wirklich hart gekämpft haben. Ich gratuliere ihn für die Serie, das war, wir haben 4 zu 1 gewonnen, aber trotzdem, es war keine Spiele, die so einfach waren. Wir mussten unbedingt für alle Tore hart arbeiten. Zum heutigen Spiel, ich glaube, der Schlüssel war unser Defensivspiel, also mit Marzi intern. Ich glaube, wir haben insgesamt 17 Schüsse bekommen. Marzi hat die Big Saves gemacht, wir haben auch viele Schüsse geblockt. Also der Wille zu gewinnen, unbedingt zu gewinnen, war heute da. Ich gratuliere meine Mannschaft, alle Spieler. Wir haben hart gekämpft durch diese Serie, diese zwei Spiele, die wir in Bernheim gehabt haben. Die waren nicht einfach, weil das ziemlich laut war und es war riesige Stimmung dort. Aber trotzdem, wir haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja, das ist ein Riesenerfolg, glaube ich, weil fünf Spiele, vier Gegentore, glaube ich. Man sieht sowas selten. Die Jungs, die wollten einfach kein Tor kassieren und man hat das bemerkt. Und ja, jetzt geht weiter für uns. Ich glaube, ich hoffe, dass die Jungs hungrig sind für die nächsten Gegner. Und letztendlich, wir haben Petri seinen Wunsch erfüllt. Er wollte zweimal nach Ravensburg, der hat es geschafft. Und ja, ich glaube, dass wir für den Tauch gewonnen haben. Fünf Spiele, vier Siege, drei Shutouts. Und mit dieser beeindruckenden Viertelfinalbilanz gehen wir auch gleich einmal zu einem der Schlüsselspieler der Serie, Tower Stars Teuter Matthias Nemetz. Nicht nur die drei gegentorfreien Spiele in den Playoffs waren natürlich ein absolutes Novum, sondern auch die Safequote war beeindruckend. 96,3 Prozent aller Schüsse konnte der 25-Jährige parieren. Stadionsprecher Markus Haider hat ihn nach dem gestrigen Spiel zu einem kurzen Talk getroffen. Drei Shutouts in dieser Serie gegen deinen alten Trainer. Petri hat es vorher angesprochen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das freut mich natürlich riesig. Drei Shutouts. Ich habe ja in dieser Saison in der Hauptrunde meinen ersten geschafft. und jetzt in den letzten fünf Spielen drei Shutouts. Das ist einfach super. Aber ich muss mich bei der Mannschaft einfach bedanken. Die spielen super nach hinten, blocken die Schüsse, werfen sich in Schlagschüsse. Es macht einfach Spaß, hinter den Jungs zu stehen. Jetzt wirst du gefeiert von den Fans danach mit Ehrenrunde, mit dem Stefan nochmal, auch ein Rabensburger. Macht dich das stolz, dein langer Weg, wie es Petri schon bezeichnet hat? Ja, selbstverständlich. Es war nicht leicht. Wie Petri schon gesagt hat, früher zwei Trainings die Woche gehabt. Ja, das macht mich natürlich schon stolz. Es war immer mein Ziel, hier die Nummer eins zu sein oder halt hier zu spielen. Und ja, das freut mich natürlich. Wenn du so einen tollen Safe hast, denkst du da selber auch, Mensch, das war richtig gut oder geht es für dich einfach weiter? Machst du dir da gar keine Gedanken? Ja, also erstens, erst mal geht es immer weiter, bis der Pfiff kommt. Und dann im Nachhinein denke ich mir manchmal, wow, wie habe ich das gemacht? Ja, denke schon kurzzeitig drüber nach, aber dann denke ich mir, das war es schon. Jetzt kommt die nächste Situation und dann muss ich mich halt weiterhin konzentrieren auf das, was kommt. Was kommt? Das wird das Halbfinale sein. Du wirst als, denke ich mal, als Nummer eins in das Halbfinale gehen. Was ist das für ein Gefühl? Das ist auch nicht alltäglich. Das nicht, aber egal ob Halbfinale, Viertelfinale oder Finale, es sind trotzdem ganz normale Spiele im Endeffekt. Natürlich, der Druck ist da ein bisschen höher, aber es ist egal, wie gesagt, was für ein Spiel das ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit dem Tor anfangen kann. Die Stimmung war heute wieder sehr gut von den Rängen. Das war richtig laut. Wie empfindest du das? Kriegst du das mit oder bist du da total im Tunnel? Ja, man kriegt das auf jeden Fall mit. Natürlich, unsere Zuschauer sind super. Das pusht mich und die ganze Mannschaft natürlich noch mehr. aber ich konzentriere mich immer halt auf den Bock. Natürlich kriegt man es nebenher mit, aber der Fokus liegt auf der Scheibe. Fokus liegt auf der Scheibe. Wie sehen die nächsten Tage bei dir aus, Matthias? Ja, jetzt erst mal entspannen. Ich weiß nicht, ich denke, morgen werden wir frei haben und dann geht es denke ich ab Dienstag ganz normal weiter mit Training und allem, was dazugehört. Vorbereitung auf das Halbfinale auf die nächsten Spiele. Hast du einen Lieblingsgegner oder sagst, es ist mir egal, wer da kommt, wer da auf mich schießt? Ja, also Bremerhaven lag mir eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut. Da hat der ehemalige Trainer immer gesagt, wenn man jetzt die kleine Ratte klaut, dann sind wir Punkte. Aber ich denke, es ist ziemlich egal, in der Halbfinale, das wird, egal wer kommt, das wird schwer sein, da müssen wir 100% geben, so wie bis jetzt auch. Und natürlich hoffen wir, dass die Saison noch eine Weile geht. Und hier auch noch ein paar weitere Statistikmarker der Serie gegen den EC Baden-Nauheim. Zunächst das Tor und das Schussverhältnis. 14 Tore der Tower Stars stehen vier Treffer der Roten Teufel gegenüber. Deutlich auch die Schussstatistik. Die ging nämlich mit 184 zu 108 an die Tower Stars. Auch bei den Strafzeiten gab es deutliche Unterschiede. Die Tower Stars sammelten 26 Zwei-Minuten-Strafen. Es gab keine großen Strafen oder Disziplinar-Strafminuten. In der Summe sind das also 52 Minuten auf der Strafbank. Bei Baden-Nauheim sammelten sich 36 Zwei-Minuten-Strafen an. Dazu kommen drei Zehner-Disziplinar-Strafen und eine Fünf-Plus-Spieldauer-Strafe. Das macht dann zusammen 127 Minuten. Das Halbfinale ist erreicht, doch der Gegner steht noch aus. Nach fünf Playoff-Spielen haben nur die Tower Stars Bittigheim und Kassel für die Entscheidung sorgen können. Kassel schoss im hessischen Dorby sicherlich mehr als überraschend den Rivalen Löwen Frankfurt mit einem 4-0-Sweep in die Sommerpause. Da für die Zuordnung der Paarungen die Hauptrundenplatzierungen herangezogen wurden und mit Bremerhaven Dresden noch eine Serie nicht entschieden ist, müssen sich die drei Halbfinale-Teams auf jeden Fall bis Dienstagabend gedulden. Dresden führt mit 3 zu 2 und kann in eigener Halle die Überraschung gegen den Vizemeister und Hauptrunden zweiten Bremerhaven perfekt machen. Noch ist nichts entschieden, aber ein bisschen Vorplanung wollen wir ihnen dann doch auf den Weg geben. Gewinnt Dresden die Serie gegebenenfalls ja erst am Donnerstag, dann treffen die Tower Stars am Karsamstag 26. Mords um 20 Uhr in deiner Halle auf die Kassel Huskies. Dreht Bremerhaven den Spieß doch noch um, dann winkt den Tower Stars Am Samstag die weite Reise an die Nordsee. Das erste Heimspiel wäre dann am Ostermontag, 28. März um 18.30 Uhr. Die weiteren Halbfinaltermine sind am 1., 3., 5., 8. und 10. April, die Spiele 5 bis 7 natürlich unter Vorbehalt des Serienverlaufs. Auch in dieser Serie und später im Finale sind ja vier Siege erforderlich. Der Kartenvorverkauf ist aufgrund der noch ausstehenden Gegnerzuordnung natürlich schwer zu organisieren. Es gibt aber bereits Karten für das erste Spiel. Das wurde ja bereits mit dem Vorkaufsrecht im Viertelfinale bestückt. Und diese Karten können Sie sich also schon bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix im Fanshop, in der Marktstraße oder als Print-at-Home-Tickets sichern. Sobald es mehr Informationen gibt, erfahren Sie es natürlich sofort auf www.towerstars.de. Das war es für diese Sonderausgabe zum Halbfinaleinzug. Unsere nächste Sendung gibt es dann nach Ende der Halbfinalserie, wann auch immer das sein wird. Wir wünschen Ihnen dann bis dahin spannende Spiele im Halbfinale. Die jeweiligen Spielberichtsvideos finden Sie übrigens zwischendurch unter www.del-2.org. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.